Und hier ist sie wieder, die 10 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja und schön, dass Sie wieder dabei sind, auch im Jahr 2021 bei unserer 10 Euro Überraschungsshow. Und auch in diesem Jahr haben wir die Taktung erhöht, das heißt noch mehr 10 Euro Schnäppchen, noch mehr Produkte, die bereits vor einer oder vor wenigen Sekunden noch wesentlich mehr gekostet haben, die jetzt alle für Sie auf 10 Euro reduziert sind. Was es ist, wissen wir nicht. Normalerweise würde ich sagen, Diana weiß es, aber Diana ist in ihrem wohlverdienten Urlaub, ist aber bald wieder zurück und wir versuchen heute mal, ohne sie auszukommen. Und da steht schon unser erstes Produkt. Magst du das Kuvert oder das Paket? Ich nehme den Umschlag. Das Umschlag. Das Umschlag. Ich nehme das Umschlag. Das hast du jetzt genau richtig gemacht. Oh, wir haben ein ferngesteuertes Auto. Das ist der Wahnsinn mit Fernbedienung. Boah, ein Monster Truck. Das ist jetzt schon ein bisschen gemein. Hätte ich mich mal gegen den Umschlag entschieden. Wow, hast du das gesehen, was der für eine Geschwindigkeit hat? Das ist ja der Wahnsinn. Rückwärts, vorwärts. Oh, halt. Jetzt komm, komm, komm. Hier, das ist ja unglaublich. Sag mal, was für eine Geschwindigkeit hat der? Das müsste doch auf deinem blauen Zettel stehen. Ich lese, boah, das ist so 15 Kilometer pro Stunde. Und das ist richtig schnell. Und der hat ja diese dicken Offroad-Räder. Ist ja auch ein Monster Truck. Das heißt, man kann auch nicht nur im Studio damit fahren, sondern auch mal hier über Stock und Stein, über Wurzeln. Ja, da passiert gar nichts. Und das jetzt für 10 Euro, das ist ja der Kracher. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Schauen Sie sich das mal an. Hier, der ist robust. Da kann man auch mal irgendwo dagegen fahren. Da passiert ja gar nichts. Also ich finde es klasse. Der gefällt mir schon optisch unglaublich mit diesen wirklich tollen Profilreifen. Dann haben wir eine einzelne Federung. Das sehe ich gleich. Und eine Stabilität, wie man sie sucht. Und da werde ich sofort wieder zum Kind. Das muss ich sagen. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ich sehe gerade unten, können wir auch noch wunderbar die Geschwindigkeit einstellen. Wenn wir uns das mal anschauen. Hier habe ich sogar ein Speed Level, den ich einstellen kann. Einfach hier einschalten und dann mit der Fernbedienung und los geht's. Also das macht Spaß. Wir haben es gerade gesehen. Richtig Spaß macht es draußen über Stock und Stein. Aber hier hätte ich jetzt von Haus aus mal 20, 25 Euro gemutmaßt. Wir haben es für Sie für 10 Euro. Und zwar im Set natürlich diese Fernbedienung, die ich auch toll finde mit der Pistolenform hier. Ja, und dann natürlich auch das Auto, den Monster Truck, der richtig heißes Chassis hat. Also ich finde das so genial hier. Ja, und jetzt bist du wieder am Fahren hier. Wunderbar. Ach, das bin ich. Nee, das bist du. Jetzt habe ich mich mal zurückgehalten und schon legt Anne-Kathrin los. Aber ich mache auch. Wir sehen das hier mit der Einzelradaufhängung. Es macht unglaublich viel Spaß. 10 Euro kann man nichts falsch machen. Und jetzt vielleicht auch mal durch den Schnee fahren, wenn es bei Ihnen eben auch geschneit hat. Das packt der auch locker. Und du, wo hast du den Führerschein gemacht? Im Lotto gewonnen. Ja. Macht aber bei dem Auto gar nichts. Wow. Hast du einen Zacken drauf. Wow. Ja, la. Oh. Und übrigens das Chassis, das ist extra so gemacht, dass wenn es mal einen Crash gibt, dass es ganz einfach wieder aufgesetzt werden kann. Also für mich ein absolutes Highlight. Über Stock und Stein und das für wenig Geld mit diesem wunderbaren Produkt. Also ich bin Fan davon. Ja, nicht nur du, auch der Martin aus München. Er schreibt dazu, der Monster Truck fährt nach wie vor durch die Wohnung und durch den Garten. Bis jetzt macht er einfach nur Spaß. Bei Groß und Klein rast er gegen ein Hindernis, schlägt er seinen Salto und sucht sich seinen anderen Weg. Unsere Empfehlung, für wenig Geld kaufen. Und ich meine, 10 Euro, das ist schon Wahnsinn. Sie wissen, was so Kinderspielzeug kostet. 10 Euro, absolute Ausnahme. Nur hier und die nächsten zwei Stunden in der 10 Euro Überraschungsshow. Sie brauchen für unseren roten Flitzer noch die Bestellnummer, die NX 93 59 und die 569. Und es ist wieder Zeit für Geschenke. Ja, jetzt kriegst du das Geschenk. Ich wünsche dir ja ein Stückchen Schmuck oder so. Aber wovon ich gerade begeistert war bei unserem Monster Truck, ist ganz einfach die Geschwindigkeit. Oh, Beanies. Beanies, die sind ja voll im Trend. Aber das ist eine besondere, Beanie. Ja, und zwar mit Beleuchtung. Rot, also erstmal rot, finde ich klasse. Und dann haben wir vorne Beleuchtung, weiß. Schalte ich gleich mal ein, da sehen wir es. Aber auf der Rückseite auch noch. Guck mal, sogar dimmbar. Wow, das ist klasse. In drei Stufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hinten auch noch mal Rotlicht. Mensch, das ist ja auch im Winter gerade eine Riesensicherheitsoption. Und ich ziehe sie jetzt einfach mal auf. Dir stellt sie mit Sicherheit besser. Licht nach vorne. Und wenn es Ihnen zu dunkel ist, dann haben wir hier ganz einfach den Knopf. Und jetzt sehen Sie, jetzt sehen Sie und werden auch besser gesehen. Und ganz wichtig finde ich, und ich mache jetzt einfach mal eine 180 Grad Drehung. Und schauen Sie mal, auch von hinten werde ich dann gesehen. Und auch hier ganz einfach einzuschalten. Und das ist klasse. Beanies sowieso. Kalte Ohren möchten wir alle nicht. Dir steht sie natürlich wieder wesentlich besser als mir. Aber dir steht sie auch rein. Das muss ich wieder neidlos zugeben. Aber wichtig ist, dass die Ohren warm sind. Hier ist wirklich, die Ohren sind warm. Es juckt nicht, es kratzt nicht. Die sitzen einfach perfekt. Und das Schöne ist eben, sie werden gesehen. Und das ist ja im Winter ganz, ganz häufig das Problem. Man ist immer dunkel gekleidete, dunkle Winterjacke, dunkle Jeans. Und da ist es eben schön, dass man von vorne gesehen wird. Und von hinten, hier mit dem roten Licht. Weil gerade jetzt so ab 16.30 Uhr wird es ja schon dunkel. Und wenn man da nochmal mit dem Hund Gassi geht, da wird man immer schön gesehen. Und die Ohren sind warm. Schön, dass du das sagst. Weil Hildegard aus Köln hat uns geschrieben. Und sie sagt, tolles Teil für Hundehalter in der dunklen Jahreszeit. Und Anna aus Horn hat uns geschrieben. Diese Mütze eignet sich besonders gut zum Laufen und für andere Outdoor-Tätigkeiten, die auch bei Dämmerung oder im Finstern durchgeführt werden. Ein super helles Licht vorne leuchtet den Weg aus. Und ein rotes Rücklicht sorgt für Sichtbarkeit von hinten. Und das ist sogenannte passive Sicherheit. Also Beanies sind ja sowieso komplett im Trend. Und die kosten meistens schon mehr als 10 Euro. Aber jetzt inklusive Beleuchtung für 10 Euro, das gibt es, das behaupte ich jetzt einfach mal wieder nur, in der 10-Euro-Überraschungs-Show. Ich sage Ihnen noch, die Bestellnummer, das ist die NX3722 und die 569. Und ich muss gerade sagen, im Winter, ja, je mehr Licht, desto besser. Klar, dann fühlt man sich auch sicherer, man sieht besser. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, man wird besser gesehen. Auch für Radfahrer natürlich sehr zu empfehlen. Allerdings muss man dazu sagen, das ersetzt niemals die vorgeschriebene Beleuchtung am Fahrrad. Aber als Zusatzbeleuchtung ist das natürlich auch noch zusätzliche Sicherheit. Ist übrigens ein großes Unfallthema derzeit, das sind Fahrradfahrer, Jogger, Spaziergänger, wenn man mit dem Hund noch mal gassi ist, man wird einfach nicht gesehen. Und da ist das was ganz Besonderes. Wurde übrigens auch letztens als tolles Gärtet im Sat.1 Frühstücksfernsehen vorgestellt. Ja, also gut, wir sind voll im Trend. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Bings sind immer voll im Trend. Und wir machen, uh, jetzt machen wir sauber im Haushalt. Und Bad? Ich dachte jetzt gerade, das sieht ein bisschen aus wie eine Zahnbürste für Pferde oder so. Aber das ist fürs Bad. Ich darf dir eins geben, ich habe gleich zwei hier drin. Aber das ist natürlich toll. Also jetzt, wo du es gesagt hast, klar, das ist Ultraschall, würde ich sagen. Und hier wird es ganz einfach, oder Schall, eine Schallzahnbürste, jetzt bin ich schon wieder bei der Zahnbürste. Reinigungsbürste, Schallreinigungsbürste mit bis zu 5.500 Oszillationen, also kreisenden Bewegungen pro Minute. Das ist schon ordentlich, da steckt schon richtig Power dahinter. Gerade wenn man auch mal so Fliesen sauber machen möchte, die Fugen oder Waschbecken, Spülbecken oder zum Beispiel so den Ofen, weil man da starke Verschmutzungen hat. Weil normalerweise müsste ich ja jetzt schrubben mit der Hand, mit dem Schwamm und das ist unfassbar anstrengend. Und das macht hier diese Schallreinigungsbürste für mich. Ja und es schont auch Armaturen. Jetzt bedenke ich, ich bin gerade bei einem Thema und zwar um den Wasserhahn herum. Wenn du da reinigen willst, da kommst du ja mit den Fingernägeln oder mit den Fingern und Putzlappen fast nicht hin. Das stimmt. Damit ist es eine Kleinigkeit, da sehen wir es auch. Oder auch der Abfluss in den Waschbecken, der ist ja oftmals aus Metall, den zu reinigen richtig, ist sehr schwer. Hiermit ist es einfach. Und dann natürlich Fugen. Ich glaube, jeder kennt diese Ecken von Fugen in der Duschkabine, die dann mal leicht bräunlich oder gar grünlich werden. Und das damit reinigen. Also für mich natürlich wunderbar. Dann die Silikonbürsten, so würde ich mal sagen, sind das. Die sind natürlich auch sehr, sehr gut. Und jetzt einfach ein bisschen Wasser, ein bisschen Reinigungsmittel und schon kann man effektiv reinigen. Ich weiß nicht, ob es jetzt rüberkommt. Mit der Oszillation und dem Schall, den wir hier haben, wahrscheinlich nicht. Aber probieren Sie es einfach mal aus. Also das ist, glaube ich, hundertmal besser als die schärfsten Reinigungsmittel, die es gibt. Und damit hat man dann eben gründliche Sauberkeit auch an Stellen, an die man normalerweise gar nicht rankommt für 10 Euro. Also unbedingt, das muss für jeden Haushalt. Ja, auch mal für so Schuhsohlen. Man kann das ja für alles nutzen. Also hier machen Sie alles ohne Kraftaufwand sauber, dank 5500 Oszillationen pro Minute. Und das ist etwas ganz Besonderes. Gerade so Kalkablagerungen oder die Fugen mal wieder richtig weiß bekommen. Ein Reinigungsmittel schön einarbeiten. Das ist genial. Schreibt auch die Svenja, wie eine Zahnbürste für schmutzige Ecken, praktisch, handlich und effektiv. Die Bestellnummer ist die NC2437 und die 569. Machen Sie es wie die Svenja, greifen Sie Zug gerne auch mehrfach. Man kann ja zum Beispiel eins für das Badezimmer nutzen, eins für die Küche. Ich würde jetzt nicht unbedingt das, was ich im Badezimmer benutzt habe, für die Küche nutzen. Deswegen lohnt es sich, hier mehrfach Zugzugreifen. Wo ich mir das auch gut vorstellen könnte. Und bis zu fünfmal dürfen Sie ja Zugreifen, wenn wir nichts anderes sagen. Wo ich mir das gut vorstellen kann, ist auch Fahrradfelgen. Ja, die sind ja auch immer schwer zu reinigen. Da muss man schon locker hin. Also auch das ein tolles Produkt für die Gartenmöbel, für Fahrräder oder ähnliches. Oder Indoor-Bad, Toilette, alles zu reinigen. Aber es geht natürlich Schlag auf Schlag weiter. Dankeschön. Ich bekomme den goldenen Umschlag. Und wir haben... Es werde Licht. Wir haben, das ist aus unserem noch ganz aktuellen Programm, das ist nämlich ein Lichtervorhang, dreimal drei Metern mit 300 LEDs und das auch noch in verschiedenen Farben. Hier jetzt aufgewickelt als Strang, aber das kann man ganz einfach installieren. So zum Beispiel vor einem Vorhang dann die einzelnen Stränge lösen. Und schon hat man einen Lichtervorhang mit verschiedenen Leuchtmodi. Also hier sehen wir es jetzt zusammengewickelt. Da sieht es schon unglaublich eindrucksvoll aus. Aber was meinst du? Erstmal drei auf drei Meter. Ich könnte mir das gut in einer Kellerbar vorstellen. Ja, wenn Sie so einen Partykeller haben, Kellerbar oder vielleicht auch so als indirekte Trennwand für ein Kinderzimmer. Oder wenn Sie irgendwie eine Geburtstagsparty schmeißen. Das ist was ganz Besonderes. Und das sind hier eben diese kleinen Drähte und die, wenn man die jetzt hier eben aufwickelt, dann hat man wie so einen schönen Vorhang. Also das ist dann auch gleichmäßig angeordnet. Normalerweise so ein Vorhang bzw. Lichterketten, die dann gleichmäßig aufzuwickeln, ist ja immer schwierig bzw. aufzuhängen. Und hier ganz hochwertig gemacht, diese kleinen feinen LED-Lichterdrähte. Also das ist schon was ganz Besonderes. Ja, also einfach einmal aufwickeln, runterhängen lassen und schon hat man drei auf drei Meter ein Leuchtinferno, ein, ja wie soll man sagen, einen Sternenhimmel, einen bunten Sternenhimmel oder Sternenvorhang. 300 LEDs sind es insgesamt und oben ist an der Halterung. Die ist ganz einfach zu befestigen, zum Beispiel an Gardinenstangen oder ich glaube, die würden bei dem leichten Gewicht auch mit Reißnägeln halten. Hier sehen wir es, verschiedene Leuchtmodi, entweder langsam wechseln, schnell wechseln, blinkend. Aber ich finde das schon so beeindruckend. Und wenn Sie es bei sich zu Hause installiert haben, wird es glaube ich noch beeindruckender. Man kann das natürlich auch horizontal an die Decke festmachen und dann hat man wirklich einen Sternenhimmel. Und schauen Sie mal, das ist dann hier alles so schön gleichmäßig verteilt an diesem Lichterdraht. Also das ist schon was Besonderes. Wird per USB betrieben. Wir haben es jetzt hier einfach eine Powerbank gemacht, Sie können das natürlich auch mit Ihrem USB-Netzteil betreiben. Also das ist schon was Cooles, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, wo man ja auch viel zu Hause ist, da kann man sich auch so ein bisschen gemütliche Stimmung nach Hause holen. Ja und ein Timer ist auch noch mit drin, da sehen Sie, die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten und das Ganze für jetzt 10 Euro. Die Bestellnummer ist die NX 4684 und die 569. Der Preis für Sie jetzt und hier in der 10 Euro Überraschungsshow gerade mal 10 Euro. Also noch vor kurzer Zeit hast du da 25 Euro dafür bezahlt. Und das ist jetzt natürlich herausragend. Und jetzt war schwer das nächste Produkt. Oh, wir haben einen Preisalarm. Aber ich habe schon geschwärmt. Ich habe es ja schon gesehen, weil es bei uns auf dem Tisch ist. Es ist ein Billardtisch. Ich darf dir mal bitte das Couvert geben und gleich mal die Kugeln auspacken. Ich glaube, dafür brauchen wir fast schon kein ZDF. Guck mal, alle Kugeln dabei, 10 Kugeln. Ja, also die weiße plus 9 Farben. Wir haben sogar eine Reinigungsbürste dabei. Wir haben einen schön bezogenen Billardtisch. Holzköße sind auch dabei. Kannst du Billard spielen? Ich tue so. Komm, mach mal. Mach mal. Ich habe jetzt mal grob einsortiert. Aber das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Sag mal, für so kleine Holzköße würdest du doch normalerweise schon mehr bezahlen als 10 Euro. Ja. Eine tolle Beschäftigung. Einfach mal auf den Tisch. Gerader Tisch bitte. Ein Billardtisch. Ein Billardtisch hinstellen. Das ist der Wahnsinn. Wow. Leider hast du die weiße auch versenkt. Aber das ist schon mal, du hast die vollen hier. Die vollen. Und jetzt müssen wir schauen, wenn er gerade steht, müsste die weiße Kugel hier kommen. Ja, jetzt machen wir ein bisschen krummer. Aber das ist natürlich schön. Ja, es ist einfach phänomenal, was wir hier haben. Echtholz. Das muss noch mal wirklich genannt werden. Jetzt gucken wir auch mal die Bande. Ich möchte mal die Bande testen. Weil Billard ist ja eigentlich Mathematik. Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel. Achtung. Passt. Auch die Banden funktionieren. Das ist schön. Du darfst noch mal. Wie wäre es mit der gelben? Kriegst du die 1? Aber ich denke, ich habe die vollen. Ja, das ist doch eine volle. Ach so. Du hast einen vollen. Komm, mach mal. Juhu. Und weiter. Komm, die zwei. Wir können ja den Tisch drehen. Guck mal, das ist natürlich toll, wenn man auch noch so einen drehbaren Tisch hat. Und richtig schön. Wow. Warte, dein Knie. Das ist der Wahnsinn. Macht nichts. Zwei Holzköße. Ein Dreieck. Kreide ist dabei. Wir haben einen Reinigungspinsel. Wir haben alles dabei, was man gebrauchen könnte. Und dann natürlich den Kugelablauf. Auf einem geraden Tisch laufen die ganz einfach runter. Und Anne-Kathrin zieht mich hier gleich mal hoffnungslos ab. Noch mal. Das war schon wieder eine volle. Da, die vier noch spielen. Komm, dann hast du schon fast alle drin. Ich muss mal den Tisch drehen. Und ich habe noch alle auf dem Tisch. Mir macht das Spiel jetzt gerade nicht so viel Spaß. Nicht? Nein, im Moment nicht. Komm. Juhu. Toll. Jetzt die. Anfänger-Glück. Mach weiter. Da ist noch eine. Da kommst du jetzt gar nicht dran. Nur überbande. Edge. Also, komm. Die ist ja heimlichen Profi. Haben Sie das schon mal gesehen? Die hat das fast alle. Du bist. Jetzt bin ich mal dran. Also gut. Ist das eine halbe? Ja, das ist eine halbe. Und? Ja, natürlich versagt. Aber macht nichts. Der Spiel steht im Vordergrund. Und der Spaß. Und bei 10 Euro. Bitte dran denken. Es ist unser Preisalarm. Das heißt maximal ein Stück pro Besteller. Aber der Spielspaß ist hier riesengroß. Es ist echt Holz. Es sind die Kugeln dabei. Es sind die Köse dabei. Was will man denn noch mehr? Kurt schreibt dazu. Die kleine Ausführung aber mit demselben Spaßfaktor. Die Qualität und Produktverarbeitung sind überraschend gut. Ein idealer Zeitvertreib ohne großen Aufwand zum Aufbau. Und das jetzt für 10 Euro. Die Bestellnummer ist die NC 1695 und die 569. Weil gerade jetzt, wo man auch viel zu Hause ist, man kann auch das, was im Fernseh läuft, einfach nicht mehr sehen. Ich finde das auch mal schön, wenn man sich einfach die Zeit mit Billard vertreibt. Ja, warum nicht? Und mit dem Gläschen Wein. Es tut zur Zeit sowieso ganz viel Beschäftigungsmomente. Das stimmt. Und Billard ist vielleicht mal was, wo Sie noch gar nicht dran gedacht haben. Jetzt geht uns ein Licht auf. Das ist ein Leuchtturm, oder? Ja, wir freuen uns schon wieder auf den nächsten Urlaub. Irgendwann wird ja der Zeitpunkt auch mal wieder hoffentlich kommen, dass wir verreisen dürfen. Und hier haben wir jetzt einen unfassbar süßen Leuchtturm, wie zum Beispiel auf der Insel Usedom. Und schauen Sie mal, wenn Sie auch so ein bisschen nordisch eingerichtet sind, ist das was ganz, ganz Süßes. Und vor allen Dingen, der ist im Solarbetrieb unterwegs. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Einmal eingeschaltet, funktioniert er automatisch. Ich suche gerade den Einschalter, aber ich werde den auch noch finden. Der ist unterm Dach vom Leuchtturm. Ach, unterm Dach. Also, dann schalten wir den mal ein und dann geht alles von ganz alleine. Sobald es dunkel wird, beginnt er zu leuchten und sich zu drehen. Das ist natürlich auch mal eine ganz außergewöhnliche Gartendeko, die wir hier haben. Ein Solar-Deko-Leuchtturm, der richtig toll aussieht, drehender Reflektor und er hält sogar bis zu sechs Stunden. Das heißt, tagsüber, durchs Tageslicht nimmt er Energie auf und nachts leuchtet er dann so wunderschön bis zu sechs Stunden lang. Und ich glaube, jeder, der so eine, es gibt doch diese Terrassengärten oder vielleicht hat man gerade mit einem kleinen Teich, dann jetzt einfach mal einen Leuchtturm daneben stellt. Ist ein außergewöhnliches Deko-Element, natürlich für außen geeignet, weil da kommt natürlich das Sonnenlicht am besten an. Ja, aber man kann es zum Beispiel auch ans Fensterbrett stellen. Viele sind im Badezimmer auch so ein bisschen nordisch eingerichtet mit Muscheln, die man vielleicht mal irgendwo am Strand gesammelt hat. Und vielleicht nur so ein bisschen Sand und so eine Möwe, so stelle ich mir das vor. So ein bisschen Ostsee-Feeling oder Nordsee-Feeling. Das ist einfach auch ein süßes Geschenk, wenn man jemanden hat, der vielleicht gerne verreist und im letzten Jahr nicht verreisen konnte. Das ist auch eine schöne Geschenkidee und vor allen Dingen ohne Folgekosten. Sie haben hier im oberen Bereich die Solarzelle, das heißt tagsüber lädt die sich auf. Sie können es dort platzieren und hinstellen, wo Sie das möchten. Und es ist auch mal ein schönes Mitbringsel. Ja, und hier steht natürlich auch wunderbar für Wintergarten, für den Balkon oder für die Terrasse geeignet. Und einmal eingeschaltet macht das alles ganz allein. Und das sieht einfach toll aus. Das wertet, glaube ich, nochmal jeden Garten etwas auf. Dieses wunderbare Element hier. Übrigens auch sehr, sehr groß, wie ich finde. Das sind schätzungsweise, ich schätze jetzt mal, weil ich finde hier den Eingaben nicht, 25 Zentimeter. Und das ist toll. Die Bestellnummer ist die NX 1522 und die 569. Und schon ist der Leuchtturm bei Ihnen schon bald da. Und ich höre gerade, unser Monster Truck, unser erstes Produkt, das wir vorhin gezeigt haben, ist schon unglaublich stark nachgefragt. Unter anderem haben Regina und Jürgen zugeschlagen und Sie machen das bitte auch, weil, also die haben ja auch jeweils zwei gekauft oder kann man Rennen fahren. Das ist natürlich toll. Und Sie sind bitte auch schnell, wenn Ihnen ein Produkt gefällt, denn daran denken, wir haben immer nur ein Sonderkontingent. So, ich glaube, du bist beim Kuvert. Okidoki. Der Leuchtturm hat mir gefallen. Billiardtisch fand ich phänomenal. Ja, das ist cool. Billiardtisch bitte nur einmal pro Besteller, das war unser Preisalarm. Und jetzt geht es weiter mit, oh, jetzt wird es, jetzt wird es musikalisch, glaube ich. Also das ist wirklich eines meiner Highlights für jeden, der Musikliebhaber ist. Das ist nämlich eine kleine MP3-Station, beziehungsweise ein kleiner Würfel, ein Lautsprecher. Aber man darf sich von der Größe nicht täuschen lassen, denn der hat ordentlich Bums. Ja, hier schließt man einfach einen USB-Stick ein oder eine SD-Karte. Hören Sie das, was der für einen Krawall macht? Ich muss jetzt gleich mal ein bisschen leiser machen, weil das ist natürlich enorm, was wir hier in diesem kleinen Würfel, ich glaube, Sie haben es gehört, was für eine Leistungsfähigkeit drin haben. Ich sehe an der Stabantenne, das ist nicht nur ein MP3-Player, den ich per USB und SD füttern kann, sondern es ist auch noch ein Radio. Ja, Kopfhörereingang ist, also das ist ja phänomenal. Eine Uhr ist auch noch dabei, also das ist unglaublich. Genau, Uhrzeitwecker, Radio, dann eben als Aktiv-Lautsprecher, einfach ein USB-Stick mit der Lieblingsmusik dran packen und der sieht auch echt cool aus in diesem Blau. Also es ist auch ein schönes Geschenk für die Kinder, für die Enkelkinder oder später, wenn man wieder an den Backersee geht im Sommer. Also ich muss dir sagen, ich würde mir das auch zum Beispiel ins Badezimmer stellen, so als kleinen Lautsprecher. Das ist ein Radio, es ist dann alles gedacht und das ist 14 Euro, genial, oder? Und guck mal, auch zum Mitnehmen, weil ich sehe kein Kabel, das ist Akkubetrieb, also kann ich auch gerne mal, ja später oder raus mit in den Garten nehmen, nebendran stellen auf den Tisch und habe dann die Musik oder wenn es mal wieder Badewetter ist und wir wieder baden gehen dürfen, nimmst du das mit an den See oder ins Schwimmbad und ich bin, Sie haben es gerade gesehen, ich bin extrem in der Lautstärke runter. Das ist ja wahnsinnig, was hier für eine Leistung rauskommt aus diesem scheinbar kleinen Lautsprecher. Die Farbe ist auch top aktuell, dieses Blau sieht richtig klasse aus und es ist natürlich auch von der Bedienung her unglaublich einfach. Wir haben nur vier Tasten und haben hier noch einen Ein- und Ausschalter, mehr ist es nicht. Also da muss ich sagen, für 10 Euro absolut überzeugend. Ja, hat auch den Moritz überzeugt, der schreibt nämlich, benutze das Radio in einer Werkstatt mit lauten Drehmaschinen, doch die Lautstärke und Qualität des winzigen Radios ist echt erstaunlich. Und Patrick schreibt, perfekt für Garten, Balkon, Campingstrand etc. Kleinhandlich, guter Klang, schöne Optik. Da hat er natürlich recht, der Patrick. Grafen Sie zu mit der Bestellnummer PX1630 und der 560 für unseren kleinen Mini-Würfel, ob Radio oder USB-Stick oder SD-Karte, ja, oder Sie nutzen es ganz einfach mit dem Klinkeranschluss dann einen Kopfhörer dran, dann kann man für sich die Musik genießen und dann, wenn man auch wieder viel unterwegs ist, 16 Stunden Akkulaufzeit ist natürlich auch ganz schön viel. So, du bist wieder mit dem Produkt dran, glaube ich. Ich habe das Kuvert, aber heute haben wir wieder richtig tolle, tolle, tolle Produkte und es geht gerade so weiter. Wir haben einen wirklichen Schutzengel, das kann man sagen. Es ist ein kniender, solarbeleuchteter Schutzengel mit fast 25 Zentimetern Höhe. Das ist natürlich toll. Das sieht mal richtig klasse aus. Das ist eine ganz, ganz tolle Skulptur. Es ist ein kleiner Schutzengel, der hier kniet und wenn ich mir den gerade mal anschaue, der hat ein Herz in der Hand. Also der beschützt jemanden, einen lieben Menschen und das Besondere ist eben hier der Kranz, der Schweif ist beleuchtet, des kleinen Engels und ich finde ja gerade in der heutigen Zeit, jeder kann einen Schutzengel gebrauchen. Ich weiß, dass sowas auch ganz gerne von Menschen gekauft wird, für zum Beispiel so Grabdekorationen. Auch da, wenn man einen lieben Menschen bewachen möchte. Ja, wenn man einen lieben Menschen verloren hat, vielleicht einfach aufs Grab stellen, das ist eine tolle Idee, aber man darf sich auch zu Hause im Garten beschützen lassen von diesem wunderschönen Schutzengel. Der ist natürlich außentauglich, er ist aus Polyresin, das ist auch sehr, sehr stabil und ich habe jetzt hinten mal das Kuvert über das Solarpanel gedeckt, dass es dunkel ist und so sieht es dann auch bei Ihnen aus, wenn es dunkel ist. Und der Schutzengel hält auch noch ein Herz in der Hand, also sehr, sehr ausdrucksstark auch zur Dekoration von Gartenterrasse, Balkon, Fensterbrett und vieles mehr. Ideal auch als dezente Grableuchte, das, was wir gesagt haben. Insgesamt fünf warmweiße LEDs, die zeigen diesen Kranz aus Rosen hier oben. Ich hätte es fast gesagt Heiligenschein, aber wenn man genau hinschaut, sieht man diese kleinen Rosenblüten, die dann eben beleuchtet sind. Aber schon als Gesamterscheinung ein Engel. Ich finde Engel unglaublich ausdrucksstark. Absolut, also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die an Schutzengel glauben oder vielleicht hatten sie ein unfassbar schweres Jahr hinter sich und haben dann lieben Menschen, denen sie einfach mal Danke sagen möchten, dass er immer an ihrer Seite war, ihnen immer geholfen hat. Da ist das natürlich auch eine nette Geste, um einfach mal Danke zu sagen und auch ein Stück weit etwas zurückzugeben, nämlich Schutz. Und das können wir in der heutigen Zeit jeder gebrauchen. Ja, und auch mehrere Leute können das gebrauchen und sie dürfen auch mehrfach zugreifen. Ja, bis zu fünfmal dürfen sie sich diesen solarbeleuchteten oder solarbetriebenen Schutzengel nach Hause holen. Nochmal, sehr, sehr groß, 24,5 Zentimeter. Der Stoff ist Polyresin, das ist steinähnlich. Das kann man sagen, ist also auch für den Außenbereich bestens zu verwenden. Und die Beleuchtung geht automatisch an durch den Dämmerungssensor. Und tagsüber werden die Akkus wieder aufgeladen durch natürlich den Solarbetrieb. Die Bestellnummer ist die NX3765 und die 569. Und dann kommt dieser Schutzengel zu Ihnen nach Hause. Send Me an Angel war mal ein schönes Lied. Hier können Sie sich selber jetzt mal einen Schutzengel zukommen lassen. Und das ist natürlich wirklich perfekt. Und perfekt dürfte auch das nächste Produkt sein. Das haben wir schon hier. Und das hat auch in keine Packung gepasst. Aber ich mache mal das Kuvert auf, oder? Ja. Es ist ein ganz nützlicher Helfer für den Haushalt. Jetzt hat es draußen geschneit. Es regnet. Es ist ständig matschig. Man schleppt den Matsch mit rein. Und da kommt sowas wie gerufen. Das ist nämlich unser Bodenwischsystem. Aber das ist was ganz Besonderes. Ich stehe dazu mal auf. Der hat nämlich diese Easy Swap Funktion. Und da ist eigentlich alles in einem. Denn hier haben Sie gleichzeitig den Wassereimer. Das heißt, hier in diese Flasche füllen Sie einfach Wasser hinein. Können Sie auch gerne noch ein bisschen Bodenpolitur mit hineinfüllen. Und dann haben Sie am Griff hier direkt die Möglichkeit zu sprühen. So, und dann wischen Sie erst mal nass. Ja, hier Ihren Fußboden sauber. Einmal hier sprühen. Das geht ganz, ganz einfach. Direkt am Griff. Und dann kann ich hinterher durch diese weiche Mikrofaser. Und deswegen Easy Swap. Ich mache mir nicht mal mehr die Hände spitzig. Schauen Sie mal. Normalerweise müsste ich jetzt mit meinen Händen in den Wassereimer ja dann diesen nassen, schmutzigen Lappen ausbringen und dann wieder trocken wischen. Passen Sie mal auf, was ich jetzt mache. Ohne einmal den schmutzigen Lappen zu berühren. Ich trete hier einfach nur dagegen. Zack. Und jetzt kann ich es wieder trocken putzen. Das ist eben das Schöne. Ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Und das Leben ist eh schon kompliziert genug. Da ist es doch schön, wenn man hier im Haushalt ein bisschen sparen kann. Schön finde ich auch, dass du hier dieses Reinigungsmittel in den Tank reinmachst. Also Reinigungsmittel Ihres Vertrauens. Und dann auch nicht überwässerst, weil du zerstäubst ja eigentlich nur dorthin, wo es hingehört. Gerade bei Hartböden ist das wichtig, wenn man Laminat oder Parkett hat. Aber ich kann mir das natürlich auch gut im Bad vorstellen. Ja, da hat man ja Fliesen oder Stein. Und da kann man es auch benutzen. Und das jetzt für 10 Euro. Also ich finde das der Wahnsinn. Ja, vor allem du kommst hier schön durch dieses Knickgelenk. Knickgelenk, du kommst hier schön um die Kurven, um die Ecken. Man kann überall auch schön hier zum Beispiel mal um den Tischbein fahren, Stuhlbein. Ohne kompliziertes, dass man irgendwie das wegräumen muss. Und hier schauen Sie mal, einfach dagegen treten. Das ist genial. Hier, zack. Ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen. Also nicht wegen dir, sondern ich habe hier einen Kundenbeitrag gelesen. Und die Birgit aus Magdeburg schreibt uns, mit diesem Gerät wischt sogar der pubertäre Sohn freiwillig sofort, wenn er gekleckert hat. Und Waldraut schreibt uns aus Langenzen, der Wischmob ist einfach toll. Jede Ecke im Raum kann man damit erreichen. Wenn ich ihn nicht schon hätte, würde ich ihn wieder bestellen. Bis zu fünfmal dürfen Sie das tun. Es ist eine unglaubliche Erleichterung, glaube ich. Es geht viel einfacher von der Hand. Das, was du gesagt hast, kein Eimerschleppen mehr, kein Ausbringen mehr. Einfach vorne mit dem Zerstäuber das Putzmittel natürlich hier verteilen und dann reinigen. Und natürlich sind diese Mikrofaseraufsätze, die hier drauf sind, im Lieferumfang enthalten. Und man kann sie auch immer wieder waschen. Das ist ja auch ganz wichtig. Das stimmt. Die kann man immer wieder waschen in der Waschmaschine. Mikrofaser ist natürlich auch besonders effektiv. Es saugt Flüssigkeiten gut auf. Ist besonders langlebig, auch sanft zu ihrem Echtholzpaket oder Laminat. Und das Schöne ist, es ist leicht. Ich muss nicht den schweren Wassereimer schleppen. Gerade wenn ich über mehrere Etagen wohne, wenn ich auch mal die Treppenstufen sauber machen will. Ich habe eben immer alles dabei. Und vor allem, es wird immer frisches Wasser zugefügt. Normalerweise putze ich ja mit dem Schmutzwasser jedes Mal immer einen schmutzigen Boden. Also das gibt es ja immer noch mit der Care-Woche. Da ist das natürlich eine Riesenerleichterung. Und Sie bekommen diese Erleichterung mit der Bestellnummer LX6247 und der 569. Greifen Sie zu, weil dieses Angebot natürlich nur so lange gilt, wie der Vorrat reicht. Das war sie schon wieder, unsere 10-Euro-Show mit der spezialschnellen Taktung. Und Sie bleiben jetzt bitte bei uns, weil es geht gleich spannend weiter. Tschüss.